Was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mal mit dir drüber sprechen, was ist überhaupt Digital Marketing? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ganz viele Leute gar nicht wirklich verstanden haben, was Digital Marketing ist und was dahinter sich verbirgt, was dazugehört und wie man damit online Geld verdient. Also, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran und ich würde sagen, wir starten rein. Zuerst mal, was genau ist Digital Marketing? Digitales Marketing umfasst alle Marketingmaßnahmen, die online durchgeführt werden. Zum Beispiel Suchmaschinenoptimierung, Social Media Marketing, E-Mail Marketing, Content Marketing und vieles mehr. Im Grunde geht es darum, Produkte auf einer digitalen Ebene zu vermarkten und zu bewerben und natürlich zu verkaufen. Ein paar Beispiele zum Beispiel. Was ich persönlich nutze, ist TikTok, YouTube und Instagram. Denn du hast die Möglichkeit, durch diese mittlerweile herausragenden Algorithmen, deine Zielgruppe nicht nur anzusprechen, sondern exakt zu targetieren. Das heißt, nach einer Weile, zum Beispiel jetzt auf meinem Instagram-Account mal als Beispiel, hat ein Video von mir, obwohl ich noch nicht mal 100 Follower habe, fast 27.000 Aufrufe generiert. Und der Vorteil an der ganzen Geschichte ist natürlich, TikTok, YouTube und Instagram sind komplett kostenlos. Das heißt, du kannst einfach deinen Content erstellen, ebenfalls mit kostenlosen Apps, um die Videos zu schneiden zum Beispiel, und damit raus an die Welt zu treten. Und das war meiner Meinung nach noch nie einfacher. Warum ist Digital Marketing so wichtig überhaupt? Na ja, ganz einfach. Der Großteil der Menschen verbringt nun mal die Welt auf Social Media zum Beispiel oder allgemein im Internet. Ich meine, Instagram zum Beispiel hat eine Reichweite von 34 Millionen deutschen Nutzern zwischen 18 und, ich glaube, 65 plus, so in dem Dreh. Also was du da für eine wahnsinnige Chance hast, eine Reichweite aufzubauen, kostenlos, ist enorm. Und zusätzlich bietet halt digitales Marketing nicht nur Unternehmen, sondern auch Einzelpersonen die Möglichkeit, ihre Produkte an den Mann oder an die Frau zu bringen. Ein weiterer großer Vorteil ist natürlich, dass Digital Marketing extrem kosteneffizient ist. Denn wie ich schon gesagt habe, die ganzen Plattformen sind kostenlos. Du kannst mittlerweile sehr, sehr viele Schnittprogramme, wie zum Beispiel CapCard oder auch die TikTok-App, kostenlos nutzen, um deine Videos und dein Content zu erstellen. Und was auch sehr, sehr nice ist, was ich auch gerade bei mir immer wieder nutze, ist die Analyse, die du hast. Egal, ob es jetzt auf meinem YouTube-Kanal hier ist oder bei Instagram oder auch bei TikTok, du bekommst zu jedem Video eine speziell angefertigte Analyse. Wen hast du erreicht, Männer oder Frauen? Welche Altersgruppe hast du erreicht? Wo kommen die Leute her? Welche anderen Videos schauen die Leute? Und so weiter. Und das bringt dir halt auch wieder den Vorteil, deine Zielgruppe besser zu verstehen und noch gezielter geilen Content zu erstellen, um deine Produkte zu vermarkten. Kommen wir zum wichtigsten Thema. Wie kann man denn mit Digital Marketing überhaupt Geld verdienen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und ich möchte mal jetzt hier auf ein paar davon eingehen, die ich a. selber nutze und b. damit auch Geld verdiene. Fangen wir mal mit dem altbekannten Affiliate-Marketing an. Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Sagen wir mal, du bist der absolute Macher, wenn es um Rasenpflege geht. Und nein, ich meine jetzt nicht die anderen Rasen, sondern wirklich den im Garten. Du hast in deiner Nachbarschaft den perfekten Garten. Der ist immer top. Jeder Golf-Club ist neidisch auf deinen Garten. Dann könntest du einfach gesagt z.B. im Affiliate-Marketing Videos über deinen Garten erstellen und Produkte bewerben, die nicht du selber erstellt hast, sondern z.B. von einem Rasenmäher, von einem Düngemittel, von ein oder von mehreren Gartengeräten, die du nutzt und so weiter und so fort. Und diese Produkte bindest du als sogenannten Affiliate-Link in deinen Social-Media-Kanälen mit ein. Und wenn jetzt z.B. der Helmut, der Nachbar, der sieht dein Video und denkt sich, geiler Rasen, geiler Rasenmäher, ich kaufe mir den über den Link. Dann bekommst du eine Provision dafür. Das ist sogenanntes Affiliate-Marketing. Beispiel bei mir, ich habe z.B. eine KI und NordVPN mal beworben, was ich nicht mehr mache, aber ich kriege immer noch dadurch Affiliate-Einnahmen. Auch über Amazon z.B. Es ist nicht viel aktuell, weil ich es halt schon lange nicht mehr mache, aber ich glaube, über NordVPN damals habe ich knapp 500 Dollar oder so verdient. Also eine Menge Geld einfach nur, um in einem Video zu sagen, hey, ich nutze NordVPN, wenn du es auch nutzen willst, klick auf meinen Link. Kommen wir zum zweiten Thema, was meiner Meinung nach sehr, sehr gut funktioniert und womit ich auch Geld verdiene, ist digitale Produkte verkaufen. Das können sein E-Books, Online-Kurse, Vorlagen, Tools, whatever. Alles, was man digital nutzen oder Zugriff drauf hat. Z.B. ich verkaufe gerade einen Kurs und dieser Kurs ist komplett digital. Das heißt, die Leute kaufen diesen Kurs bei mir. Ich muss den nur einmal einrichten, einmal die Verkaufsplattform erstellen und kann auf, in Anführungszeichen, Autopilot immer wieder diesen Kurs verkaufen. Oder ein E-Book z.B. Ich arbeite gerade tatsächlich an einem E-Book. Dieses E-Book erstellst du einmal. Ja, es ist viel Arbeit, eigene Produkte zu erstellen, gar keine Frage. Und wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist das natürlich auch eine Menge Zeit, die da reinfließt. Aber wenn du damit fertig bist, hast du das fertige Produkt und kannst es immer und immer und immer wieder verkaufen. Das Einzige, was du mal dafür tun musst, ist halt, so wie ich jetzt z.B., 3-6 Sekunden-Reads zu erstellen und die Leute melden sich von alleine. Kommen wir zum letzten und meiner Meinung nach auch wichtigsten Punkt, auch wenn sich da die Geister scheiden und viele Leute sagen, nee, ist nicht mehr aktuell, bla bla bla. Ich bin nach wie vor absolut überzeugt, dass das sinnvoll ist. E-Mail-Marketing bedeutet, du erstellst ein Produkt. Sagen wir mal z.B. ein E-Book. Und dieses E-Book gibst du gratis raus, also als 0-Euro-Produkt. Und im Gegenzug erhältst du die E-Mail von einem potenziellen Kunden. E-Mail-Marketing bedeutet, du hast ein E-Book z.B., das ist ein 0-Euro-Produkt. Als Gegenleistung bekommst du von deinem Kunden, von deiner Zielgruppe, die E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse nutzt du dann in Kampagnen, wo du immer wieder Mehrwert gibst, den Leuten hilfst, ein bestimmtes Problem zu lösen. Kommen wir wieder zurück auf dieses Garten- oder Rasenthema. Du sagst z.B., hey, hier hast du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du deinen Garten bis zum nächsten Sommer fit bekommst. Dafür kriege ich deine E-Mail-Adresse. Du schickst dem Kunden dann jede Woche, jeden Tag, jeden Monat, whatever, das ist komplett dir überlassen, eine E-Mail mit Tipps noch zusätzlich. Und du sagst dann, hey, hier z.B., hallo, das ist ganz cool, wenn du das und das noch machst. Oder hey, beachte auf jeden Fall dies und das, meine drei größten Fehler bei der Rasenpflege und so weiter und so fort. Was du auch machen kannst, ist dann in diesen E-Mails z.B. auch Affiliate-Links einzubauen. Ja, du sagst z.B., hey, guck mal, ganz neu auf dem Markt, habe ich gerade selber ausprobiert, funktioniert super, Unkrautentferner, Unkraut weg 3000. Über meinen Link kannst du den kaufen. So, du kriegst, wenn der Kunde kaufst, wieder Provision. Oder aber, du vermarktest deine eigenen Produkte. Einen Videokurs, wie du deinen Garten am besten fliegst. Meiner Meinung nach ist E-Mail-Marketing super, super wichtig, denn du möchtest ja auch irgendwo eine Community aufbauen. So geht es mir zumindest. Ich möchte ja Leute aufbauen als Community, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Ich vorangehe und sage, hey, das und das habe ich gerade getestet, das und das habe ich gemacht, das und das hat funktioniert, das und das war kacke. Und das funktioniert natürlich auch mit E-Mail-Marketing. Aber warum solltest du jetzt mit Digital Marketing starten? Naja, ganz einfach. Der Markt wächst und wächst und wächst und das unaufhörlich, denn Surprise, Spoiler Alert, Internet ist nicht nur so ein vorübergehendes Ding, wie du vielleicht schon mitbekommen hast. Es gibt mittlerweile unzählige Möglichkeiten, dir ein Einkommen online aufzubauen und finanzielle Freiheit zu erlangen. Ja, und jetzt kommen wieder Leute so, ja, ist alles Scam, ist alles Betrug. Nee, Harald, ist es nicht. Sorry an alle Haralds da draußen. Ist nur ein Beispiel. Der Punkt ist einfach, ich habe so viele Leute mittlerweile, die ich in meinem persönlichen Umfeld auch habe, die online einfach ein Schweine Geld verdienen und beweisen, dass es möglich ist. Und die sind in den unterschiedlichsten Nischen unterwegs, wo ich mir gedacht habe, so, Bro, damit Geld verdienen? Respekt. Deswegen ist einfach, jeder Tag, den du jetzt noch länger wartest, ist ein verschenkter Tag. Sage ich dir einfach so, wie es ist. Ich ärgere mich nicht, aber ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht schon früher angefangen habe und nicht jetzt schon auf einem ganz anderen Level wäre, wo ich so oder so hinkommen werde, aber jetzt natürlich länger brauche, weil ich mir Zeit gelassen habe. Wie du weißt, ich war ganz unten. Guck dir das vorletzte Video von mir an. Ich war wirklich am Arsch gewesen. Komplett down. Tiefer konnte man nicht mehr fallen. Und selbst ich habe es geschafft. Ich generiere mittlerweile online vierstellige Monatsumsätze und kann hier in Spanien mein Leben genießen. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib sie mir entweder in die Kommentare oder aber schau auf jeden Fall mal auf meinem neuen Instagram vorbei. Denn da gebe ich noch viel, viel mehr Tipps, auch zum Thema Reichweite und so weiter. Zum Thema Digital Marketing und speziell Instagram und TikTok. Verlinke ich dir alles in der Videobeschreibung und ich würde sagen, ich danke dir wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.